Hallo meine liebe Dattelgemeinde, hier gehts auch weiter. Aber sagen wir es mal so, jetzt wissen wir auch warum die NG manchmal so komisch ist, wenn ihr euch die ganze Zeit mit dem Stein abwerft. Hallöchen. Hallo. Katao, du weißt, dass das was war. Ja, ey, sie sind ja schon wegen dem Waffenschein da, da haben sie ja schon so nachgefragt. Dann kommen sie mal mit. Wie? Hä? Kennen wir uns nicht? Wir? Ich bin mir nicht sicher. Nee, das schätze ich schon mal gesehen. Ja. Herr Rondy, natürlich kennen wir uns. Ach Gott. Mensch. Ja, wie gehts dir? Ja gehts, oh Gott. Ja, hallo. Ja hallo, was vertreibt dich hier nur mehr? Ja. Ja, ich will mir meine erste Hilfe und kurz machen. Unter anderem. Du hast die Hilfe kurz, sagst du? Ja. Und du? Wofür? Ja. Ich, äh, muss psychologisches Ergutachten beantragen. Wie viel? Piu, piu. Mh, auch. Mh, auch. Vielleicht eventuell. Vielleicht. Ich fang noch demnächst bei... Ja? Ich fang noch demnächst bei der Militärmehr. Bei bestimmte, bestimmte, äh, Richtung, oder? Mh, ja, ja, ich hab mich heute beworben. Deswegen wollte ich noch mal zur Not, äh, psychologisches Gutachten und, äh, natürlich dann eventuell auch den Waffenschein beantragen, ne? Ja. Damit das auch alles seine legalen Wege geht. Verstehst du? Ja, natürlich. Und genau so geht es mir auch. Ich will das auch machen. Mh. Hast du dich beworben irgendwo? Ja, ich bin untergekommen. In die Army. Echt jetzt? Ja. Da gehöre ich auch hin. Hey. Ja. Aber, äh, braucht man dafür Waffenschein? Du brauchst für jede Waffe einen Waffenschein. Egal wie. Aber die haben, die haben mir das gar nicht gesagt. Nein, haben sie um uns auch nicht. Die gehen davon aus, dass sie mir geguckt haben. Oh, ich bin der. Stellt mir vor, stell dir vor, ich, ich trag so ne MG ohne Waffenschein, oder? Du darfst das. Du siehst bestimmt gut der Hände aus. Oh ja. Ja, gleich, gleich, so. Aber guck mich an. Kann man ihnen irgendwie helfen, oder? Jawoll, der Herr, äh, ich warte, ich muss die, äh, gerne eine psychologische Gute haben und die erste Hilfe, äh, grüße machen. Mit den Kollegen hinter mir zusammen. Na ja, klar. Ähm, dann kommen wir. Ich bau nur das psychologische Guttach. Ja, schuldig. Haben Sie 10.000 Dollar dabei? Nein, aber ist hier ein Auto und Dings da? Warte? Warte, ich geb dir... Ja, alles gut. Aber das gibt Zinsen, ne? Da musst du Zinsen bezahlen. Mard nix, ich bezeig gern, damit alle gut sind. Das sind 10.000 Dollar und keine anderen Millionen. Ja, jawohl, machen wir. Ich wollte wegen dem Waffenschein... Oh, danke schön vielmals. Ja, alles gut. Wo ist denn jetzt die... Wenn Sie hier das so abheben... Ach, da ist ja so 10.000, sagen Sie. Ja. So, kommen Sie. Jawohl, so. Ach ja, sehr schön haben Sie es hier. Oh, auch so schön kühl. Ach, angenehm. Ja. So. Dann hätte ich kein einmal in Reisepass, bitte. Ja, ich gucke gerade, wo der ist. Einen Moment. Mit der CD... ...heben noch. So. Bitteschön. Herr Bakshi, ist das richtig? Das ist korrekt, Junge. Schön entspannt bleiben. Mirosche sich. Schfeff?